Habe ich euch erschrocken? wenn ja dann dann ist gut ja komm ja hör auf zu stehen da unten Krippier aller Krippier echt ich komme doch schon ja 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 ist gut ist gut aber ich glaube da kann man sich auch so befreien ohne dass man irgendwas machen muss Moment ich schaue mal gleich dahin Moment Pistolenmunition die Kippen einsammeln und nein ich rauche nicht so jetzt ernst jetzt ernst jetzt mache ich Ansage ja die kann doch drunter eigentlich stell dich nicht so an Eschle ja nix nö nö da musst du selbst raus nö nö ja raus komm ja komm jump so da ach guck mal ob ich treffe oh ne komm ich lass die Bar ich seh das so sehr ich seh das so sehr mach ich direkt so hier ba oh verdammt äh 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 so ein Mannschaftsabschluss er auch verdammt mehr ja man kann auch für die Opel der Polio Jojo erpakt ja ich alle Kollegen der Kollege Borg johle schon die die und die Schuhen D.C. No, 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 no... du hast Recht! Das ist ja einfach, ne? Auch einen Headshot geben. Wo ist sie hingelaufen? Ach da. Die Tür ist lockt. Ich kann sie nicht öffnen. Oh nein! Komm her, du Arsch. Die Ahn nicht an, du Nigga. Scheiß, Mann. Boah, das war knapp, das war richtig knapp. Wo ist die Ahnung? Roger. Mayday, Mayday. Seckerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerklerk abspeichern ich darf nicht durcheinander kommen muss ich immer abspeichern ohne ich habe keine Waffe ey kacke wollen wir ein Date haben? Ok doch nicht! Aaaaah! Hilfe! Hilfe! Vergewaltigung! 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 Voll süß! Vergewaltigung! Ist nicht cool! Griechen! Wo bin ich denn jetzt hier? Vergewaltigung! Vergewaltigung! Wollt ihr nochmal drunter gucken? Ja ist gut! Ist gut, ist gut! Ist gut! recauuut! ich habe hier was Prozent da war ja Pädophila stirbt 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 hier wohl das ist noch was oder die Schublade Griechen mit vor Panik kommen hier Gasmedel der Gasmedel hier die Kühle eine Pädophilie nun Gott mann Xen oder alle drei Farben so sieht es aus so Munition ich habe keine Waffe es wäre sehr nett wenn ich die Waffe kriegen würde und jetzt ist Backlars oh das ist zu viel ich habe genug gelesen in der Schule von daher ihr könnt auch lesen prüfen Moment mal in der Mitte ist eine runde Öffnung was könnte da nur reinkommen hey von unten vielleicht ist da auf der anderen Seite ein Geheimgang oder du hast einfach nur den Mund zu weit offen du erhältst Pinett öffnen ja Seidenkristall m also müssen wir gelungen f hier am Ort da Leidervorgang ohne Taschenlampe ja bringt ja auch sehr viel Licht ne unnötig schieben schieben höhe reißen dort ist sie stark m roh und mädchen Spinat Komm schon Kriegchen Eher unter dem Rock gucken Ein Button Was ist das denn hier? Steintafel Eine Steintafel Wo könnte das nur hingehören? Hä? Achso Ja, das ist ein bisschen verwirrend gewesen Aber jetzt geht's weiter Jo mon Die Zombies waren hier schon So kleine reiche Säcke, oder? Oh ne, die Musik Bestimmt kommt hier so ein Vier raus Oder? Ne Nehmen? Hä, was denn? Ah, Spine Oh ne Ja